hallo sei gegrüßt heute möchte ich mit dir mal über die mindset optimierung in bezug auf deinen stimmlichen ausdruck sprechen und ja da gibt es solche sätze wie ich werde gehört oder ich werde ernst genommen die wir uns wünschen dass die sich verwirklichen doch bei vielen menschen ist leider noch das hier im system ich werde nicht gehört oder ich werde nicht ernst genommen katastrophe denn die stimme ist ja unser kommunikations medium nummer eins und wir sind jeden tag in sprachlicher und stimmlicher kommunikation und im austausch mit anderen menschen das heißt also es macht absolut viel sinn sich damit zu beschäftigen wie kann ich zu diesem satz hier kommen und das hier der vergangenheit angehören lassen dafür gibt es möglichkeiten methoden und ich werde diese methoden gerne vorstellen in dem onlinekurs den ich hier unter diesem video verlinkt habe zum thema mindset optimierung für stimme aber es geht auch um andere optimierungsmöglichkeiten die wir haben indem wir zum beispiel unsere haltung optimieren unsere atmung optimieren und natürlich auch unser training set na wie viel tust du denn für deine stimme im laufe des tages und wir haben jetzt noch gar nicht über das mindset zum thema stimme gesprochen denn auch dieses ist wichtig und du kannst dich mal fragen was würde denn bei dir diesen satz hier vervollständigen meine stimme ist x y z welche drei wörter würdest du denn hier einsetzen und woher kommt das dass die aus dem unterbewusstsein heraus erst mal nicht immer hundertprozentig positiv belegt sind ebenso wie diese sätze wo kommen die denn her mit welchen bezugspersonen bringst du die in verbindung wenn du da noch im unterbewusstsein was hattest in die richtung dass du nicht gehört wurde ist nicht wahrgenommen nicht gesehen nicht gefühlt nicht gehört ja und dann eben auch nicht ernst genommen so wer hat denn dir diese erfahrung bereitet so dass die als satz in dein unterbewusstsein eingedrungen ist und es dann auch keinen sinn macht diese sätze hier einfach drüber zu affirmieren sondern dann gilt es dass in der tiefe zu klären mit der beziehungsarbeit die dafür notwendig ist und ja dann darf auch noch mal gefühlt werden was das in dir ausgelöst hat für gefühle und was dafür energien in dir und deinem system gewissermaßen auch hängen geblieben sind weil du sie vielleicht damals nicht adäquat ausdrücken konntest dann gilt es den körper und ein energiesystem und ja auch dann geist davon zu befreien um wirklich dahin zu kommen dass du erleben kannst ich werde gehört und ich werde ernst genommen und meine stimme ist na was ist sie denn was kommt ihr in den sinn wenn du in diese richtung schon mal die erlaubt zu denken noch bevor du aufgeräumt hast und wenn du dich tatsächlich ran machen möchtest dein mindset aufzuräumen und auch noch andere interessante aspekte kennen zu lernen zum thema stimme dann geh doch gerne mal auf meine webseite stimmlabor.de oder buche gleich diesen online kurs zum thema ganzheitliche stimmbildung den ich hier unter diesem video verlinkt habe ich wünsche jedenfalls alles gute für dich und deine stimme und natürlich auch für deinen stimmlichen ausdruck in in diesem sinne